anzieht er hat er hat also eine dunkle auge ich weiß nicht warum aber das ist jetzt auch nicht wichtig ja ich will einfach nur zurück ach ja ich habe die ganzen kämpfe raus geschnitten wo ich gefehlt habe weil es hat zu viel mb gehabt da ist das loch dass sie gekommen haben aber es ist kein herzlose zu sehen die diese piraten müssen jeden herzlose in vielen meilen entfernung anlocken ach irgendjemand scheint raum zu gehen und sie zu vernichten ja auch immer das ist er ruiniert meinen perfekten plan ich brauche eine neue strategie du mit strategie carlo ich gebe diesen piraten etwas worauf erst richtig gierig sein kann dann rufe ich einen riesigen hässlosen dabei ja der boss also ich habe die ganzen kämpfe raus geschnitten nur den sieg gezeigt also den einen feld zeige ich aber die anderen zwei ausgeschnitten weil zu viel mb muss nicht sein was sie sie soll jetzt da okay dass das einfach passiert ist sagen irgendwie nichts dazu okay namine oh nein und da ist noch das wo meine geschwister sind vor der tür was ist passiert es ist sora sein gedächtnis wurde angehalten jetzt gehen die weg tut mir leid angehalten wenn niemanden was unternimmt macht er nie wieder auf dann mal los runter mit den handschuhen aber was passiert mit ihm diese niemanden sollten wie du weißt eigentlich gar nicht existieren na mini ja so tut mir leid wenn ihr dieses klopfen gehört das musste sein sonst hätten sie nur weitergeredet und so wenig hat mir gefehlt das ist ein level ab ich habe mich doch tag 301 freier platz okay das ist real dinister und rauchst ich brauche mehr stufen hier ja ist schön dass ich das habe aber ich habe keine level ups dafür berichte wir haben uns zum ersten mal seit lange auf einen uhren auf den uhren traum getroffen keiner wusste was er sagen sollte früher hatten wir uns gegenseit so viel zu erzählen die zeiten sind wohl vorbei in letzter zeit ist so viel passiert dass ich vergesse über die bilder in meinem kopf zu schreiben jetzt sehe sie auch schon wenn ich nicht auf mission bin sie erscheint auch in meinen träumen schien hat mir erzählt dass sie träume hat albträume gibt es eine verbindung vielleicht vielleicht auch nicht ich brauche ein anderes neues ich brauche ein neues schlüsselschwert dieses ist kacke extremskacke ok neue ringe hier ich brauche ein neues schlüsselschwert neue schlüsselschwert neue schlüsselschwert neue schlüsselschwert neue schlüsselschwert ach leck mich rollenabwehr ok das habe ich nicht ich habe mir drei hauptisch ja das muss ja noch ich vergiss das immer total ich muss jetzt schon mehr jetzt auch machen ich habe ja dieses stufe drei dinge bekommen bekommen er ist einfach was ich sagen wollte ich schon meine artikulation hier das so beschissen ja 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 schön schon mehr drei mal erstmal hier rein und dann machen wir schon hier rein ihr seht ja nie gemassen hübsch aus ich brauche mehr freien felder speichern so lange ist ja das gespeichert okay okay dann reden jetzt mal mit ihm hier machst du da machst du dich an ja bedroht ich hasse von heute wichtig ist die bonus anzeige fließt er sagt schon dass sie voll hast habe ich da oder du hast die bonus anzeige tatsächlich komplett gefüllt sehr gut ich werde dann vielleicht mit einer neuen mission gelohnt habe ich sage ich noch den einzelnen scheiße diese habe ich noch angesprochen eine neue mission ist verfügbar mir geht's gut tut mir leid prox das hier das ist das ist ein tag menschen hält sie gibt es mir das und du gibst mir auch irgendwas hey was irgendwie läuft okay wir dort in der stimmung hier wir sind deine neuen mission bricht auch sobald du bereit bist bin ja ich wusste ich doch wir sehen dies machen serien hatte jetzt er bricht die kriege wie sie den riesigen herzlosen okay erst mal die die schlimmste mission von allen versuchte ja leute noch mal so dass man sie renate aber in einer beschissenen weise das werde ich 100 pro schneiden ich werde das 100 pro schneiden ich zeige euch das nicht ich zeige mir das 100 prozentig nicht wie ich den jetzt besiegen werde nur kurz im anfang okay ihr seid mir egal ich werde die truhen haben die hier sind oder absächen da okay die haben sehr viel leben die bastarde habe ich ja schon geholt müsste ich sonst wäre es noch da nein da ist es ja ich habe ich das davon nicht gesehen ja wir erstmal das schatz tun suchen vielleicht auch die gegner hier töten sonst nerven sie mich danach ach komm ich töte die die einfach wenn ich die zeit dazu habe stirbt meine runde verdammte scheiße ja die musik soll weg gehen es gibt keine gegner mehr hier denke ich jetzt mal das ist ja keine einzelne schatz tun wir gefunden hier müsste ja ich mich schon klar dass sie eine sein müsste und ihr bist zeit und hier seid ihr sie wieder hier lachen ich habe ja nichts dagegen dass sie lachen aber nicht vor der tür ab wo ich aufnehme bei einer stelle bei einer stelle ja wo die rikos hier und grünen gejagt haben ihre lachen hört man so richtig wenn er sich dem stelle hat mal an lachen wie beschissen ist das denn egal ich schneide es nicht raus da muss richtige feinarbeit da machen ich lasse einfach dieses lachen da von denen ich entschuldige mich jetzt schon dafür dass es da ist ist nicht mit absicht es ist halt passiert verwandtschaft ja das ist der grund verwandtschaft ich gehe kurz hier rein ich nehme erst mal die tool diamant ich nehme mich so ein kleines stück hat noch gefehlt komm lecker ja man Wartet. Okay, ihr wollt es nicht anders. Ihr wollt es halt anders nicht. Ihr wollt es nicht anders. Wieso ist da jetzt ein zweiter aufgetaucht? Wieso ist da jetzt ein zweiter aufgetaucht? Okay, von oben habe ich nicht gestartet. Das war hier. Geh hier rein. Und hier haben wir nichts. Da habe ich alle Gegner in dieser Gegend schon getötet. Drei Schatztonen gefunden hier. Das sieht da wunderschön aus. Oh, okay. Den Dauschen jetzt mal an, die Sirenade. Wie ich sie liebe. Ich werde das mal alles hier töten, was mir in die Quere kommt. Ja. 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 Und das da holen. Ich schaffe da hochzukommen. Ja. Ich habe es geschafft. Ich glaube, ich will jetzt alles tun. Hier ist keiner, okay. Hier aber. Feldfreigeber. Okay. Diamant, okay, da fähre ich jetzt nur eine Schatztruhe. Fähre ich sie hier. Oder da. Weil ich habe jetzt keinen Bock zu kämpfen. Nicht so die Lust. Ja, die riesengroße Unlust dazu. Okay, wo zum Teufel ist die Schatztruhe? Da muss ja weiter hinten sein. Ja, ist ja schön, dass ihr aufgetaucht seid, aber mir seid ihr jetzt so am Arsch vorbei gegangen. Ja, hier ist die Necht. Es muss ja irgendwo hier sein. Ja, hier müsste es ja irgendwo sein. Ach, hier ist die. Okay. Also, wie mache ich das jetzt? Ich warte jetzt hier. Also, ich warte jetzt hier, bis die hier immer rumkommt und ich verletze sie jedes Mal und das wird jetzt lange dauern. Deswegen werde ich das jetzt schneiden und wir sehen uns, wenn ich den letzten Schlagchen verpassen muss. Also, bis gleich. Okay, ich habe ihn gleich. Leute, wenn ihr mit Emulator spielt, benutzt wirklich Fast Forward, weil ohne Fast Forward dauert das eine Stunde oder so, bis der hier angekommen ist. Okay. Ich verfolge ihn einfach. Ich verfolge seine Spur, die er benutzt. Nein, ich benutze das nicht. Ich warte einfach, bis er hierher kommt. Dann gebe ich ihm den letzten Schlag. Ja, ich habe es gesagt. Ihnen fehlt noch ein Schlag, dann ist er tot. Ohne Fast Forward dauert das zu lange. Ich habe irgendwie 15 Minuten gebraucht, damit ich ihn so habe. Mit Blitz und alles Mögliche. Okay, ich habe ihn jetzt. Ich habe auch alle Schatztun, alle Emblems oder so, wie sie hießen. Ich kann nicht einfach beruhigt nach Hause gehen. Ich habe euch da wirklich sehr viel Zeit erspart, weil ich das alles auf dem Screen gezeigt hätte. Das wäre so langweilig. Bei diesem Video hat sich Eisgeld verstanden, warum ich da einen Daumen runter schreibe. Das wäre so langweilig. Weil es einfach langweilig ist. Und zum Glück habe ich alle Monster hier getötet, deswegen kommt da nichts mehr so viel. Aber wir sind draußen. Ist einfach raus mit uns. Hat die lange genug gedauert. Verdammt der Scheiße nochmal. Och, okay, so viel habe ich dafür bekommen. Tag 302. Normaler Tag. Okay. Speicher das mal ab. Nie wieder Smarag-Serenaden. Das war die letzte Mission mit Smarag-Serenade. Nie wieder. So eine Kacke. Nie wieder. Kann ich mir jetzt ein... Nach... Kann mir sowieso nur nicht holen. Ja, okay. Ähm, das ist halt richtig Kliege. Diesmal schätzen wir anhand der Länge. Ja, wie gut die Züge... Ich bin richtig gut im Schloss und aufgestellt zu haben. Okay. 15 Kliege berechnen, okay. Kann ich schon machen, kein Problem. Okay, da war es schon das erste Abzeichen. Okay, dann gibt es noch einen Weg, den man gehen kann. Die anderen Wege sind blockiert. Okay. Ich dachte gerade, ich habe so ein Abzeichenraum gesehen. Ich habe so eine Schatztruhe, aber wieso? Was bist du für eine... Was? Hat er mich gerade mit Einschlag getötet? Die Musik irgendwie ist zu langsam. Ich habe die eigentlich aufgemacht, wenn ich wusste, dass ein Gegner rauskommt. Ich habe eine Gautomstelle. Ich habe eine Gautomstelle. Ich habe eine Gautomstelle. Wichser. Egal. Wenigstens muss ich nicht die Krüge nochmal so ständig zerstört habe. Das waren 15 Küge, hat er gesagt. Wo ist der Geist eigentlich? Ich sehe nicht, Claire. Ich kann nicht vor da vorne. Da noch nicht. Ja, ist ja schön. Keine Treppe dürfen mich nicht treffen. Oh, heile, die Scheiße. Egal. Egal. Ich habe jetzt die ganzen Krüge zerstört und die können wir jetzt nicht wegnehmen. Ich glaube, es ist richtig langsam wegen den Gegnern hier. Ich glaube, es ist nicht wegnehmen. Ich will keinen Krug an Visieren. Äh, keinen Geist. Oh, diese Mission ist kacke, Leute. Ach, komm. Das ist so langsam hier. Richtige Slowdowns. Das liegt echt nur an den perfekten Geistern. Aber ich will hier 100% haben. Das nimmt mir jetzt keiner weg. Ich will diese 100% hier haben. Geschafft. Ich will jetzt einfach raus. Jetzt könnt ihr mich alle. Endlich geschafft. Ach, diese Geister war eine kacke. Ja. Den Glücksteck bekommen. Okay. Tag 303. Okay, da fehlt jetzt nur zwei Missionen. Die letzte Mission, auf die habe ich so keinen Bock. So keinen Bock. Die ist beschissen. Die ist Männer beschissen. Die dauert noch richtig lange. So ist es so langsam. Ja, mach ich. Okay. Brille, sie geht in den riesigen Herzlosen. Äh, zum Beispiel. Okay. Ach, Eiswürfeln. Das letzte Mission, die letzte... Äh, diese Mission mache ich nicht heute. Die mache ich viel, viel später. Ja. Die mache ich viel, viel später. Heute soll ich einen riesigen Herzlosen besiegen. Schön, dass du es erkannt hast. Zunächst sollte ich Sigmar finden. Er ist bereits in meinem Satz. Dun, 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 dun. Es gibt vier Schotzen, okay. Aber ich weiß, wir verlasse dich mal in Ruhe. Aber ich habe doch den, äh, die riesigen Herzlosen schon gefunden. Ich weiß, kein Spaziergang. Ja, das merke ich auch gerade. Muss ich die besiegen? Ach, ja. Sie gibt's nicht diese komischen Bocken, die sie hatten. Diese Klöpisse. Die haben sehr geholfen, meine Gegner. Ich hasse euch, verdammten Christen, Mann. Was willst du, du Eiswürfel? Ja, komm. Lass mich in... Leute, das mache ich so nicht mit Absicht. Das sind solche Mistgebür... So. So. So triffst du ihn nicht, verdammte Scheiße, nochmal. Und was ist da oben? Ja, ein Eiswürfelchen. Und was ist da oben? Ja, ein Eiswürfelchen. Ja, das reicht. Ja, da hast du recht. Noch finished. Das ist doch nicht so. Ja. Ja. Da muss doch ein Gegner noch rumlaufen. Na, da ist der. Oh, was machst du denn da alleine? Du bist jetzt alleine auf dich gestellt, du kleine Missgeburt. Komm doch her. Du brauchst diese Ostern zu töten. Ich muss mal kurz was nachgucken. Da ist keine Truhe. Ja, auch nicht. Hier sind auch keine Absechnen, dann kann ich einfach da hingehen. Von oben hat man einen besseren Ausblick. Ich kann das schon ahnen, dass irgendwas kommt. Oh ja, das ist fair. Hä? Das war mal ein Sniper. Sieh an, Sieh an. Wen haben wir denn da? Der hälftigste... Sieh an. Sieh an. Hey, Rox. Das ist eine Besichtigungstour. Sei nicht albern. Ich will dir helfen. Sieh an. Als ob. Haha. Zeigst wirklich Humor. Wenn er dich mir zur Unterstützung schickt. Was ist daran so lustig? Kleiner, das einzige, wofür du mich retten kannst, ist Langeweile. Bringen wir jetzt hinter uns, hm? Ey, das war eine geile Aktion von denen. Das ist einfach eine Hammer-Aktion. Einfach so tsch-tsch-tsch-tsch-tsch-tsch-tsch. Alles umgebracht. Das ist mein Sniper hier. What the fuck? Donnerkristall. Ich glaube, ich lasse mal diesen riesigen Fettzeug hier explodieren. Oder bevor er... Hat er mir ein wenig mitgenommen? Nein, niemanden. Egal, fliegt euch. Ich habe keinen Bock auf euch. Das bringt mir nichts. Ich muss mir sowieso den riesigen Herzlosen töten. Und Eiswürfel. Und Geister. Leute, übertreibt es mal irgendwie. Jetzt ist er wieder so langsam hier. Ja, sieht man, kommt, sei mal wieder dein Sniper-Moves. Hier ist kein einziges Schuss, oder? Boah, das geht jetzt richtig langsam. Okay, nicht so extrem langsam, aber trotzdem langsam schon. Das liegt echt an den vielen Gegnern hier. Komm, ich muss den Limitbrecher haben. Okay, komm. Jetzt geht's los. Du, wegen dem Mist gestand. Warum kannst du mich nochmal an? Ich treffe mich denn auch irgendwie mal. Hallo, Sigmar. Nicht schlafen. Steh mal auf. Ja, da hast du recht. Jetzt auf einmal läuft es wieder flüssig, weil das nur ein einziger Gegner ist. Aber keine einzige Schatztruhe. Das ist nichts Neues, was du mir da erzählst. Da. Jetzt bin ich da, Pall. Also von da komme ich ja... ...wieder raus. Das war knapp. Gab's doch noch einen Weg, oder nicht? Der hier. Der hat mich doch irgendwo anders hingeführt. So ein Abzeichen, okay. Das ist gut. Und zwar Schatztruhe. Halte ich da. Krieg mal ganz alleine. Ich geh mal raus. Ich will keine unnötigen Kämpfe machen. Jetzt passiert was. Das ist mal ein gefährlicher Gegner. Das sieht mir groß genug aus. Komm schon. Haha, gut. Und immer schon den Kopf hoch. Ich nehme schon Kürbis oder so. Siege schlägt, dass das nicht klar war. Das kann nicht sein. Da kommt bestimmt noch etwas. Nicht erfüllt. Oder doch nicht. Hä? Ach, komm, hör auf mit dem. Sag ich da. Was? Siehst du? Das nenne ich einen Riesen. Den kennen wir ja schon. Ich habe mir schon gedacht, dass die Kistalle nicht die richtigen Gegner sind. Die haben alle Schatztruhen. Ich glaube, ich muss eher ein bisschen mehr aufpassen, wenn ich die Attacke einsetze. Was? Die haben alles. Die sind jetzt noch mehr so. Das ist das Nenne. Die sind die Kistalle. Wie ist das? Die sind die Kistalle. Jäger. Die sind die Kistalle. Siehst du? Siehst du? Das macht gar nichts bei ihm. Er hat mich allein gestellt. Und das ist nicht gut. Ich brauche sie nicht. Es kommt die Nähe zu viel attacke. Dann ist er ja wieder. So, wie habe ich mit Feuer schon etwas viel abgezogen. Ich glaube, mit Feuer ist es viel schneller gewesen. Ich kann damit leben. Komm, mach mal was. Kann ich mich gerade verarschen? Kann ich mich gleich umbringen lassen. Hallo? Das hat keinen Sinn mehr. Ich glaube, wenn man das hier hilft, irgendwie schon einigermaßen. Ich glaube, da tauchst du mal irgendwie auf. Okay, ja, auch Spezialtag hier. Das ging mal viel schneller als ich dachte. Geschafft. Ja, das kannst du sagen. Mission erfüllt. Du hättest mir auch sagen können, dass dieser Eiswölfe Herzlose nicht unser Ziel war. Wieso denn? Aber weil ich es nicht gesagt habe, hast du eine schwere, aber wertvolle Lektion gelernt. Und für das Protokoll, ich habe dir gesagt, dass du den Kopf hochnehmen sollst. Stimmt auch. Nun ja, aber... Hihi, komm schon, kleiner. Zurück zum Schloss. Okay, du kannst einfach nicht widersprechen. Ist da unten irgendwas? Finde ich. Anscheinend nicht okay. Hat ja lange genug gedauert. Kann ich sagen, auch die extra herzlosen Satz würden, aber nee. Ich spare mir sehr viel Arbeit. Warum unnötig kämpfen, wenn man das nicht brauchen muss? Und so fliegen wir zum Ausgang. Und sieht man, kann es auch fliegen, wie ich. Ach, ihr heißt, wir können mich mal... Ja. Mal zwei. Tag 304. Nichts besonderes außer dieser komische Herzlose, den ich bekämpfen muss. Aber erst im nächsten Part.